So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Universim. Das müsste Folge 19 sein von der Season im Dezember. Wenn ich aufgepasst habe, müsste diese Folge am 25. Dezember rauskommen, sprich erster Weihnachtsfeiertag und deshalb noch nachträglich frohe Weihnachten und ja, demnächst einen guten Rutsch. Vielleicht habt ihr ja was vom Weihnachtsmann bekommen, von Santa Claus oder wer auch immer bei euch kommt. Ja, natürlich nur wenn ihr brav wart. Nuggets lieben Eidechsen-Süßigkeiten. Eidechsen ist ein Laden bzw. ein örtlicher Händler. So ist das, glaube ich, beschrieben bei uns. Was gab es noch? Ja, schon die Massagen? Irgendein Kuhsalon? Äh, das war, glaube ich, der Friseur. So, und jetzt müsstest du eigentlich fertig geladen haben. Ach, da ich ja damit rechne, dass im Januar wieder ein neues Update kommt und dass ich da nicht weiterspielen kann, werden wir hier mal auf Schnellstellen. Denn wir müssen demnächst sehr viele Sachen modernisieren. Ihr seht das hier überall. Häkchen. An den Brunnen, an den, ja, an allem. Ich weiß noch nicht, wie weit ich mit meinen Nahrungsmitteln reiche. Es kann sein, dass ich demnächst einfach eine riesen Hungersnot bekomme. Ach ja, Polizeireviere haben wir jetzt seit Neustem. 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 Elektrizität haben wir. Ähm, grösstes Problem. Wobei, jetzt geht es für Nahrungsmitteln wieder bergauf. Ähm, was war das? Kurierhütte. Ähm, was bauen wir denn hier? Bauernhof. Sehr gut. Arbeitet hier auch schon jemand? Jawohl. Wasserversorgung. Ich glaube, das verbessern wir mal. Ach so, scheiße, jetzt kommt gerade der Winter. Das ist blöd. Hm, vielleicht lieber Brunnen verbessern. Hier. Doch, hier wird auch gearbeitet. Äh, Brunnen. Hier ist noch einer. Da ist die Frage, haben wir überhaupt noch Eisen? Ja. Das war Gas und Öl. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt brauche, aktuell. So, jetzt kommt der Winter. Ähm. Wollen wir den Winter überspringen? Ja, das machen wir mal. Wir haben jede Menge Punkte übrig. Jahreszeitenwechsel. Frühling. War super billig. Die Leute sind ein bisschen verwirrt. Ähm. Ingenieure. Könnte ich auch wieder verbessern? So viel zu verbessern. So viel zu verbessern. Ministerium für Architektur. Ähm. Bop, bop, bop. Nein. Wasser? So. Ach, das zählt als Flussbett hier noch. Das Gebiet. Okay, dann bauen wir mal hier hinter. Polizei. Mal noch zwei Farmen. Hopp. Hopp. So. Dazu. Ein Lager. Dazu ein Brunnen. Ähm. Was noch? Was noch? Was noch? Restaurant könnten wir hier hinten vielleicht mal noch gebrauchen. So. Ähm. Kurierhütte wäre dort. Würde reichen. Okay, vielleicht mal noch ein Wach. Oh. Ingenieureshütte. Die ist dann vielleicht auch mal nötig hier hinten. Und dann aber auf jeden Fall ein Wachturm. So. Tütüt, ja. Dann fangt mal an mit Bauen. Ach komm. Wenn wir schon dabei sind, da können wir auch noch Gasförderung machen. Garten. Gasgrube. Wäre Wüste. Mist. Und das andere Öl. Auch Wüste. Habe ich überhaupt Wüste hier in der Nähe? Oh Gott. Hauen wir mal nach den nächsten Forschungen rein. Wenn es überhaupt noch was gibt. Energie, nix. Organisierte Lagerung auch nicht. Verteidigungsministerium. Schichten will ich nicht. Bildung, nein. Ingenieurwesen. Ministerium für Wasser will auch nicht. Schießpulver. Ach stimmt, wir hatten ja auch die blöden Waffengesetze erlassen. Penicillin. Nuggets leben zehn Jahre länger. Das ist schon mal gut. Unterhaltung kommt demnächst. Teleskop, Linsen wird auch nichts. Glasfabrik. Achso, hier müssen wir erstmal Maschinerie. Plankenfabrik. Weiß ich nicht. Metallfabrik. Grundstofffabrik. Zementfabrik. Glasfabrik. Hier gibt es alles noch nicht. Dann haben wir ja nahezu alle Forschungen durch. Wo bin ich gelandet? Hier hinten bei meinem bei meinen Steingruben. Komm, da könnten wir vielleicht noch ein Krankenhaus hier hinsetzen. Wäre nicht verkehrt. So, und jetzt muss ich erstmal suchen. Wo Wüste wäre. Oh Gott. Hier sieht's alles grün aus. Mal in die Richtung schauen. Kommt ja irgendwann mal eine Wüste. Nein. Hier kommt Wüste. Gott. Gut, dann würde ich sagen bauen wir mal noch ein paar Fischerhütten vielleicht. Da kriechen wir hier langsam mal um den See rum. Und können wir auch noch eine Wasser Pumpe Wasser Reservoir von mir aus noch eine Wasser Pumpe Was ist das hier Wüste? Ich glaube nicht, das sind Berge, oder? Das wird Berg sein. Ja. Mist. Okay, dann erstmal ein Lager. Erstmal ein Lager. Hier hinten geht's weiter Richtung Wüste. Dann bauen wir erstmal Ingenieur. Nichts ist zu schwör für den Ingenieur. Des Weiteren ein Wachhäuschen. Tütüt, ja. Reservoir nochmal. Nochmal ein Lager. Hatte ich einen Brunnen schon hier gebaut? Ich weiß es nicht. Kleiner Park, mittlerer, kommt ein großer, fetter Park hierhin. Wobei Parks könnten wir eigentlich noch ein paar bauen. Gerade hier hinten. Hier hinten ist ja echt nicht viel los. Einer da. Einer hier. Gott, oh Gott. noch mal die ganzen Farmen abchecken. Oh Gott, hier ist jemand verletzt. Verletzte Leute, bleiben sie stehen. kommen, das verbessern wir mal. Verbessern. Wasserreservoir verbessern. Verbessern. Überall mal ein bisschen was verbessern. Was wird hier gebaut? Bauernhof. Komm, da bauen wir gleich noch einen Bauernhof hin. Wie sieht's mit den Ingenieuren hier hinten aus? Eigentlich noch ganz gut. Bauen wir trotzdem noch einen. Und in Wachtürmen Top Abdeckung. machen wir nur einen Brunnen hin und ein Lager. Ich glaube, ich habe wieder viel zu viel gleichzeitig gewollt. Hier wird Strom erzeugt. Denke, denke, machen wir noch einen Park. So, unsere Bevölkerung schrumpft echt gerade zusammen. Ich werde mal zusehen, jetzt noch ein paar Leute zu verkuppeln. Alle pink, alle pink, verdammt. Alle pink, wo sind die Männer keine freien Männer da. Ich fasse es nicht. Hier ist ein freier Mann. Da gibt es noch eine Schule, aber egal. Mann ist ein Mann. Oh, da hinten läuft einer. Erstmal den Mann erwischen. Mal hier schnell was verbessern. Ein Mann. Hier ist eine Frau. schwuppsdiwupps. Langsam wird der Planet richtig voll. Komm. Komm. So, fuck. Kowelt. Alles pink, alles pink. Sind die Männer wegen den Waffengesetzen alle ausgestorben, oder was? Haben die sich weggemetzelt? Das wäre ja massiv schlecht. Pink, 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 alles pink. Da ist einer. Diese Richtung, diese Richtung. So, koppelt. Umschauen. Achso, ja, was, was hatten wir? Ministerium für Bildung, oder irgendwie sowas. Sehe ich gerade noch Männer irgendwo? Nee. Gucken wir mal kurz ins Rathaus. Okay, kann ich leider nichts anklicken. Mist. Nahrungsmittel, ja. Hier, Männer. Da, ein Mann, hier eine Frau. da, ein Mann, hier eine Frau. Und weiter geht's. wird hier was angebaut, ja. Friedhof, ja, wir auch mal verbessern. Frauen. Alles Frauen. Ah, Mann. Es läuft nicht besonders gut, aber hier können wir ein paar heilen, vielleicht hilft das euch dann weiter, dass ihr gesund werdet. Oh, und ich beende erstmal diese Folge, tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal bei Universum, tschüss, tschau, bye, bye.